Horrorwoche für Facebook, Twitch gehackt und auf 11 gedreht In der vergangenen Woche hat es für Facebook viel Ärger gegeben. Neben den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen erlebte das soziale Netzwerk den wohl schlimmsten Blackout seiner Geschichte. Am Montag fielen sechs Stunden lang sämtliche Dienste komplett aus. Auch Instagram und WhatsApp waren betroffen. Ursache war eine falsche Konfiguration bei Wartungsarbeiten am internen Backbone-Netz. Am Dienstag erhob Haugen im US-Senat schwere Vorwürfe gegen den Konzern. Dieser stelle seine astronomischen Profite über das Wohl der Nutzerschaft und der Gesellschaft. Sie forderte vom US-Kongress neue Gesetze zur Kontrolle des Unternehmens. Facebook-Chef Mark Zuckerberg wies die Vorwürfe seiner früheren Mitarbeiterin als unwahr zurück. Über eine Lücke in der Netzwerkkonfiguration hat ein Angreifer die Server der Streaming-Plattform Twitch leergeräumt. Unter den gestohlenen Daten befinden sich Gehaltslisten sämtlicher Streamer, der gesamte Quellcode von Twitch, diverse Clients, proprietäre SDKs und AWS-Dienste. Jedwedes geistige Eigentum von Twitch abseits der Plattform, interne Tools sowie einen bisher unbekannten Steam-Konkurrenten namens Vapor. Twitch hat den Angriff bestätigt, Daten von Zuschauern wie Passwörter oder Kreditkartendaten seien nicht entwendet worden. Der Schaden für die Plattform, insbesondere durch den Verlust des Quellcodes, ist bisher nicht absehbar. Intern wolle man den Fall nun aufarbeiten und die Sicherheit verbessern. Streamer kämpfen in den sozialen Netzwerken derweil mit harscher Kritik wegen der nun bekannten teils ausgesprochen hohen Zahlungen seitens Twitch. Am 5. Oktober 2021 startete Microsoft mit Windows 11 durch. Erste Geräte können das OS optional bereits per Windows-Update oder mittels ISO installieren. Windows 11 bringt vor allem eine neue GUI inklusive überarbeitetem Startmenü, einer übersichtlicheren Systemeinstellung und Features wie Snap-Layouts, Widgets und ein integriertes Microsoft Teams. Der Rollout findet in Wellen statt. Erst Mitte 2022 sollen alle kompatiblen Geräte mit Windows 11 ausgestattet werden. Apples neues iPhone 13 Pro Max überzeugte im Test vor allem durch die bessere Akkulaufzeit. Die Kameras machen tolle Fotos, der neue Kino-Modus ist für den Alltag allerdings eher nichts. Zwar funktioniert die Schärfenverlagerung sehr gut, der Effekt muss allerdings geplant sein, was bei spontanen Videos schwierig werden kann. Intels CEO Pat Gelsinger ist sich sicher, wir haben das beste Produkt. Und er sagte, die Führung von AMD sei bald vorbei. Konkret bezieht er sich auf Alder Lake für Desktops sowie Laptops und Sapphire Rapids für Server, also die nächsten beiden CPU-Generationen. Wie leistungsstark diese werden, müssen aber erst noch unabhängige Tests zeigen. Der Campingplatzbesitzer Franz Bross aus den Niederlanden hat seit 1986 einen Atari 1040 ST im Einsatz. In jeder Saison verwendet er den Rechner für sein selbstgeschriebenes Reservierungsprogramm. Auch heute noch. Trotz einer eindeutigen Ankündigung im Januar und einer abgesagten Veranstaltung im Juni hat Vodafone bisher keine höheren Datenübertragungsraten im Kabelnetz bereitgestellt. Zuerst schwieg Vodafone, dann wurde erklärt, man habe derzeit andere Prioritäten. Das Unternehmen Cineverse wickelt das Roaming zwischen hunderten Mobilfunkunternehmen ab und hat potenziell Zugriff auf die SMS von Milliarden Menschen. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen gehackt wurde. Die Angreifer waren über fünf Jahre lang in dessen Systeme eingedrungen. Die Magenta-Mobiltarife der Deutschen Telekom gibt es neuerdings auch ohne Zwei-Jahres-Vertrag. Wer sich für einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit entscheidet, muss für diese Flexibilität keinen Aufpreis bezahlen. Der Lieferdienst Gorillas entlässt alle streikenden Angestellten. Betroffen sind laut Angaben der Kuriere Beschäftigte kompletter Lieferstützpunkte in Berlin. Die Geschäftsführung begründet dies mit sogenannten wilden Streiks. Das war's vom golem.de Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.